Hallo YouTube, Willkommen zu einem weiteren Let's Test, oh, ich musste vielleicht mal ein bisschen eventuell das Lichtchen anmachen, ah, jetzt sieht man mich besser, genau, Lunessi, Saint of Rhodes, das wird heute angespielt und wir gucken mal rein, let's go, ich habe mich nicht großartig informiert zu dem Spiel, aber let's go. New Game, kriegen wir gleich eine Cutscene, oh, Trip to Saint's Rhodes according to Rumors, okay, bis gleich. Hallo? Hallo, Mr. Rhodes, mein Name ist Roy Millard, ich arbeite für die Wellesmith-Police-Departement als Homicide-Detektiv. According zu unseren Räumen, du bist der einzige Inheriter der Rhoads-Mansion, der liegt in der Stadt St. Rhodes. Du hast die Nachbarnung geschafft, die Nachbarnung? Oh, um, das ist eine Nachbarnung für mich. Ich habe nicht informiert, dass ich eine Nachbarnung für eine Nachbarnung habe. Ich verstehe. Das Problem ist, wir haben eine Verbindung zwischen deinem Haus und einem vorhandenen Fall, die ich fast zehn Jahre alt bin habe. Ich brauche, dass du nach der Wellesmith-Police-Departement zu kommen, um ein paar Informationen zu geben, um die Nachbarnung zu suchen, um das Gebäude zu suchen. Wenn du hierherst, kannst du auch ein paar legalen Papier-Departement machen, um die Nachbarnung zu formulieren, um die Nachbarnung zu formulieren. Natürlich, ich kann das tun. Aber ich würde gerne sehen, die Nachbarnung zu erstellen. Okay, dann. Ich bin jetzt auf meinem Weg nach der Stadt. Lassen Sie uns an der Nachbarnung zu treffen. Okay, Detective. Ich bin da in ein paar Stunden. Okay, wir sehen uns dann. Okay. Äh, ja. Wir wissen ja Bescheid. Deutsch habe ich jetzt nicht gefunden, als, äh, können wir mal kurz gucken, ob es wirklich nicht geht. Es tut mir leid, Leute. Aber ich denke, wir sind so alle soweit irgendwie bemächtigt in der englischen Sprache. Es ist ultra dunkel. Ihr macht das doch noch ein kleines bisschen heller. So, ich glaube, 1,9 wird funktionieren. Ja. Wir sehen ein bisschen was. F2U's Flashlight. Okay. Wartet, 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 wartet. Ich muss mich kurz ein bisschen überschieben. Genau. Äh, Journal öffnen. Ich muss nicht gedrückt halten. Äh, achso. Da, open. Äh, some weird symbol. Okay. Ah, okay. Keep out, keep out. Warum gehe ich dann hierhin? Wenn überall steht, ich soll wegbleiben. Okay. Hallo, Türsch. You can open or close doors with the left mouth button. Okay. Ach, das, das, ey, Horrorspiele sind nicht mehr meins. Aber ich... Okay, es ist ein bisschen leiser. So. Oh, okay. Okay. Ähm. Ergreifende Story. Es ist auch so. Äh, ja, ich... Ich weiß nicht. Warum mache ich das? Kann ich hier hoch? Nee, kann ich nicht. Okay, schade. Ich kann keine Leitern klettern. Und, ähm, es ist nur eine Demo, Leute. Das wird wahrscheinlich nicht das... Also, so wird wahrscheinlich das finale Spiel da nicht aussehen. Oh. Okay. Oh, kann ich hier rein? Nein. Blockiert. Okay. Ja, ich... Ich hab's verstanden. Das blockiert ist. Oh, oh. Noch ein Haus. Jetzt fängt an zu regnen. Oh. Gottes Willen. Gottes Willen. Es regnet. Und es ist laut. Kann ich hier rein? Nein. Ich will nur sagen, auf meinen Ohren ist das genauso laut wie bei euch. Warum bin ich hier? Hallo? Anyone home? Maybe. Vielleicht. Ich weiß nicht, 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 ich weiß nicht. Und ich weiß nicht, 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 ich weiß nicht. Das Haus ist gruselig, das... Alles ist hier gruselig, aber ich kann mir alles angucken. Das ist schön. Okay. Ich kann alles bewegen. Okay. Maybe Officer Miller ist hier. Okay. St. Neil's. New Rise of Lunatic Asylum. Okay. I'll need a fire to light these candles. Alter, ich höre Schritte. Warum sollte ich hier sicher sein? Warum sollte ich hier sicher sein? Oh mein Gott. Hallo? Hallo? Ich bin ihr neuer Nachbar. Ihr Fenster war offen. Und ich dachte, ich komme... ich komme mal einfach in Ihr Haus rein, um Ihnen das zu sagen. Ich hoffe, Ihnen geht's gut. Oh, ein Würfel. Hallo? 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 Okay. Interessante Statue. Aaaaaah! Gott zu will, oder? Okay, ich krieg das nicht auf. Find a way to go back to the village. Okay, funktioniert nicht. Ich müsste, glaubt, ne Sicherung zwei sogar finden. Ah, die Tür war offen. Tun Sie mir nix. Tun Sie mir nix. Tun Sie mir nix. Tun Sie mir nix. Bitte nicht. Ich hab nix getan. Ich hab nix getan. Ist das ein Schlüssel? Ich mach mal die Tür zu. Oh mein Gott. Äh, okay. Okay. Rest inside the poem, I need to behold... Lest das so, ich bitte selbst so. Ich meine, Englisch ist nicht gut. Also, ihr könnt halt pausieren und dann halt es euch dann auch durchlesen. Okay. Okay. Oh, nur Karte. Ähm. Okay. Da sind wir grad im Anderson Haus. Hey. Im Anderson Haus sind wir. Okay, da müssen wir unten weiter... Oh mein Gott. Gut. Kann ich das mitnehmen? Aber es ist schön, dass man alles ansehen kann. Ich weiß nicht, ob man das mitbekommt, aber ich hab echt Schiss. Okay. Bleibt zu. Gut. Hier fehlen Sicherungen. Okay. Ein weiterer Brief. Okay. Einmal posieren, Leute. Soak. Nochmal pausieren. Und dann für den Rest noch. Oh. Aus mit dem Scheiß. Es ist einfach hier. Der KinePO niets. Todes dann Hoffnung. Der KinePO. Der KinePO. Das war damit. Und dann noch die Frage. Das war jetzt auch immer. Das war immer der Topik. Ich glaube, er. Das Spiel ist echt nicht angenehm für mich, finde ich. Ah, hier. Lagt der Schlüssel vorher nicht auch da? Lagt der Schlüssel vorher nicht mehr, wo es sich nicht verletzt. Das ist ein Schuss. Ich will nicht. Ich will nach Hause. Ich will sowas von nach Hause, ey. Ich bin ultra angespannt. Ich will die Sonne von JL und ML. Ich weiß nicht. Löffler. Er ist geboren, Januar. Okay. 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 Er wurde ermordet. Er wurde ermordet. Das ist doch ein einfacher Verschluss, den ich hochheben muss und dann rausziehe. Okay. Gut, dann nicht. Äh. Hm. Menschenköpfe. Sehr schön. Jetzt wird mir gesagt, dass ich rennen soll. Warum? Warum? Ah. Nein. 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist wein. Oh mein Gott. 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 oh mein goooood leck mich am Arsch, leck mich am Arsch, leck mich am Arsch, lass mich rufen Kristall, lass mich nicht im Stich ich weiß nicht wo ich lang renne, aber irgendwo halt, 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 halt ja, ja ok bin ich in Sicherheit glaub zwar er weniger, aber ok was passiert da hinten ja ach du scheiße ne ok rausfallen tut er nix ah da, ist der key ok ok oh mein goooood ok das war ein schnelles Letzttest oh mein goooood das ist lunacy central das war anscheinend echt nur ein kurzes, also Letzttest von der Demo oh ich bin komplett durchgeschwitzt grad ey oh Gott, wenn ich kann sowas nicht mehr, warum tue ich das? ich hoffe es hat euch gefallen ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend morgen, wann auch immer ihr das Video guckt ey, ich muss jetzt mal mich entspannen danke bis zum nächsten Mal Like, Kommentar nicht vergessen vielen, vielen Dank Tschüss